So, es geht weiter in King Kong, äh, Kong King. So, die Waffe habe ich, ja, brauche ich nicht. So, sieben nach haben wir gut. Plopp, plopp, plopp. Bäm. Hm, ja, schön. Fick, fick. Hm. Ja. Ja, das tun sie wirklich, also ganz automatisch, ohne viele Anstrengungen. Hm. Ja, Lumpy. Äh, äh. Oh, nein. Okay, da unten ist nichts. Hm. Oh, hm, toll. So, die Geschichte geht immer weiter auf der Insel, dann ein Rückblick, was man so erlebt hat in dem Kapitel. Ja. Hm, fast. Hm, guck mal, wer... Hm, mal eins. Schrei nicht so. Ja. Hm. Was? Ja. Böses Gras. Ich hab Angst. Äh. Jo, passiert. Ja. Ja. Hier passiert gleich schon was weg. Kann das Teil... Oh, und den Sperr nehmen und... ...den anzüllen und den reinwerfen. Mein Sperr. Ja, und? Das find ich ein bisschen doof in dem Spiel, aber ist auch gut, dass man so Gras abfackeln kann. Das ist auch eine tolle Idee. Und ich hasse diese Stelle hier. Die tue ich wirklich hassen. Weil... Hier. Okay, zwei Reservemagazine. Hä, was macht der denn? Aha. Aha. Wo? Oh. Da. Oh. Au, au, au. Ja, ich hasse das. Ich hasse das. Das Spiel geht noch richtig ab am Ende, also... Ihr könnt noch etwas erwarten davon. Äh. Zack. Ja. Äh. Kein... ... Ich will da hoch. Ich will da hoch. Nein, das sieht fast schön aus. Wow. Krank, krank, krank. weg, 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 weg. Toll. Nein. Wenn ich wüsste, wohin. Oh ja, passiert mal eben. Ah. Ah. FUSSCH. In den FUSSCH. Skill. Oh, ja. Ich hab mal vorgeguckt. Ja, toll, dann. Ja, toll, dann. Ah, ja. Scheiße, ich brauch was zu werfen. Ich schaff das. Ich... Ich... Ziele... Und da. Nein, gleich was. Dum, dum, dum. Obst, da ist wohl was runtergefallen. Nein. Das... Wo? Da. Ob das denn? Ja, das geht. Weg. Weg. Los. Was ist an mir? Was ist an mir? Ich hasse das. Ah, das gefällt mir jetzt schon. Das war's, als Moralwind. Jupp, wir treffen uns gut. Bitch. Oh. Neuer Speer. Äh, die Macht des Feuers. Verarscht. Oh mein Gott. Ram, 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 ram. Deckel. Oh mein Gott. Deckel. Fush. Fush. Jupp. Passiert bei ihm. Au, au, ein Splitter. Let's do the full... 360, wusch! Aha! Da, da, Nahrung. Schnell, ja, oh ja. Gleich sind auch wieder 10 Minuten um. Aber die Folgen sind ja nicht so allzu groß. Soweit ich weiß, haben die so bis zu 3 GB. Also, das ist ja sehr, sehr, sehr wenig. Aber ich nehme auch in keiner guten Qualität auf. Oh, das habe ich keinen Bock mehr drauf. Ach, oh, oh. Ach ja, irgendwie... Headshot. Ach ja, ich habe ja den ersten Teil schon gespielt, also weiß ich doch ungefähr, wie das geht. Wie das gehen tut. Und... Oh, ich mache nicht ins Kass. Renn, 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 renn... Neee. Epic Skill! Schneller. Ich will gleich ein paar abenden. Ja, toll. Erzählst mir tolle Sachen. Also, ja, ist ja riesig. Ja, ihr könnt da unten im Titel lesen. Lese, mache ich auch. Ah, wow. Äh, der Plurr... Ah, okay. Kacke. Tauchen! Pflanzen! Pflanzen! W-w-w-w-w-w- Nein. Danke. Das Spiel ist nicht sehr schwer, aber früher habe ich, oder wir uns damit sehr schwer getan. Also Bruder und so. Jupp. Schnell E drücken, E drücken, E drücken. Ja. Ah, endlich. Jo. Mit dem Mund gezogen. Fisch ab. Ah, gut. Ich dachte. Ah, ja, ich auch. Ja, an der Stelle da. Bin ich nicht episch. Ach, ja. Hier war eine Stelle, wo es einmal so übelst geleckt hat, hatte ich ein Frame. Und ihr seht ja, es liegt auch gerade irgendwie. Oh nein. Scheiße. Ich muss was anderes benutzen. Gibt es keine, doch da. Da gibt es noch Stöckkirchen, Stöckkirchen, Stöckkirchen. Das ist immer praktisch, wenn man irgendwas so hat. Oh ja, die sind kacke, die Typen. Ein. Zack. Ich bin jetzt der Schuss. Oh, 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 oh. Oh, uh. Oh. Okay, das geht noch. Zack. Weil aus einem bestimmten Grund habe ich alles angezündet, das Feuer, das geht gleich aus. Zack. Ah, 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 ah. Oh ja, ich muss den Part beenden, das mache ich jetzt auch ganz schnell und tschau, ja, tschau, tschau.